Ich zieh jetzt meine Socken aus für ultimativen Matchday Aber du musst doch deine Gaming-Socken anziehen, oh Gott! Okay, ich hol meine Gaming-Socken Das soll dein Main sein oder irgendwas Dummes machen oder was einfach komplett verhindert Ja! Ja! Da war ja! Echt? Ja! Ey! Wie auf andere Stelle! Rollt ein Kind! Er ist ja nur Falsche Mitte-Zeiten-Call Ah! Loll! Wie ist das so schlecht? Wie ist das so schlecht? Oh mein Gott, ist das so schlecht? Oh mein Gott, ist das so schlecht? Ausweißer, ausweißer einer Irgendwo, wo du ausgetrittst Hm, Montag! Los, los! Connected at ULow Connected at ULow Hopping! Connected at ULow ULow, 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 ULow Ja, recht Ohne Spaß! Ich hab ne einmal getroffen Zwölf JA! Mit dem Pistolett wäre abaun gegangen, Junge! Alter, Robin! Der hatte 16 HP, Junge! 16! Scheiße! Ja, wow! PPT ist um Pro des Untergangs Ey! Komm! Wir skicken uns die Banach Cortes SV zu Safe rein Ey komm ich muss einen guten Drop bekommen für dieses Game Alles Klar! Ja! Schmeiß die Autosniper weg! Schmeiß über den Zaun! Robert! Schmeiß über den Zaun! Nerv jetzt nicht, Roland! Scheiße! Daran hat es jetzt wahrscheinlich gelegen, Robert. Ja, aber trotzdem hast du genervt ihn noch was. Ja, aber jetzt noch die Gegner scheiß Autosniper. Nein, nein, nein! Er holt die! Danke, Robert! Du musst um die Ecke spielen mit einer PPB-Sund und einfach die ganze Zeit schießen! Toll! Toll! Hahahaha! Schieß er bloß! Hey, man! Hey, mein! Warum seid ihr noch auf B? Halt deine Schnauze, du Schwuchtel! Hahahaha! Ich bin stark gewesen, ja. Ich hab ihn nicht vergessen lassen. Hey! Hey! Hau! Warte! Ich bin der Thanos! Ich bin ahemisch teraz! Ich bin doch immer Manche, Alter! So! Von Wegen ist einer. Von Wegen ist einer. CT steht auch noch Autosnapper. Ne, der ist unten gelaufen. Letzter hatten er ab M4 auf B gehabt. Der könnte über CT kommen. Er ist einfach schon da. Jungle. Rechts. Links. Links. Uuuhhhh. Uuhhhhh. Schnelle Hattel. Für den letzter 20. Dirk! Wann sich anfühlt? Nein. Dirk Nós. 0. 0. 1. Ich hatte gerade einen Wallhack!